Und ihr seht, ich habe hier eben eine Reihe mit vier von den Päckchen, die hier immer so im rechten Winkel aufeinandertreffen. Wenn man es so auseinanderstretcht, das Ganze wirklich super, super schön locker. Und ich habe es jetzt eben hier beendet zu einem Rechteck. Und damit ist dann mein kleiner Schal auch schon fertig. Ihr seht, wirklich ein ganz schmales, dünnes Tuch. Sehr, sehr schön einfach so als kleines Sommeraccessoire. Sehr, sehr schön.